herzlich willkommen bei gloomhaven mit ciscat und wir sind so ein bisschen am verzweifeln aber wir haben noch ein zwei gute ideen versuchen was versuchen was also ja ich mache jetzt gar nichts ich werde sie einfach ein bisschen bluten gehen anderes kann er nicht machen und dann hat sich die sache so leider bist du zu schnell für die ne ja ja ich würde jetzt ganz ehrlich lauf hierhin und mein moment wohin mit der mit die sonne hochsetze 25 genau ich kann es noch einmal pingen wo ich hin soll hierhin warte warte ja gut die anderen machen nix da kommen sie das passt ja jetzt müssen sie sich nur vernünftig hinstellen nach oben der gar nicht darunter ja der trifft mich schon das ist aber nicht schlimm der trifft mich auch nee nee doch nicht ich wollte eins ne ja jetzt könntest du hierhin ja wir müssen jetzt gucken also du könntest jetzt einmal hingehen attackieren dann eine kurze rast machen und falls du den den die reinigende macht sie ist musst du ähm musst du drüber also musst du blocken weil die brauchst du jetzt gleich für deinen special angriff damit du zwei attackieren kannst ach ich soll jetzt gar nicht zwei attackieren ich könnte ja da jetzt auch rein mit dem sperr ähm ja aber ich würde das lieber mit dem sechser angriff machen und der wunde ja okay ja ja heißt ja lauf ruhig nach hier ist ja egal du kannst dich ja danach sowieso noch bewegen ja die dürften nicht leben ja wieso die waren doch schon dran ja ja alles gut tja welchen nehme ich ist egal ne nimm den ja 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 ist doch gut hast du schon mal ein bisschen 4 damage die haben vergeltung äh ja ja das ist bitter na guck was ist das denn einer kommt zurück 67 das ist gut die sind nach dir dran so jetzt würde ich mich wenn ich mich jetzt umstelle das kann ich nicht mehr machen jetzt einer von denen überlebt auf jeden Fall ich krieg übelst auf den Sack wenn ich da stehen bleibe oder nicht ne du hast doch einen vorteilsangriff du machst einen 8er angriff ja aber ich kann nicht drei Leute angreifen nein aber du kannst zwei angreifen ich würde die zwei töten ich würde die zwei angreifen und dafür muss ich mich jetzt umstellen hier da hätte ich mich auch gerade eben einfach schon nennen stellen können ne aber dann haltest du den nicht angreifen können schon ok ne 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 nimm doch dein Schild zum laufen gut dass du es sagst ich bin schon so kolo so also hierhin genau dahin schild machen sehr gut man jetzt ein achter angriff mit betäuben und vorteil das ist richtig geil du müsstest die instant töten ja ganz stark ja so geht das das war wichtig er räumte alles leer was soll er sonst machen er geht als reicher mann wieder raus gut dass du zwei schilder hast ich weiß nicht wie ich das gelände da überleben soll musst du dich heilen vorher und rasten und den muss jetzt gleich sofort töten so jetzt kriegst du einmal angriff 4 hoffentlich fällt er leider die plus 2 auch noch also ich weiß nicht wie ich da hinten rüber kommen soll das funktioniert doch nicht na gut so jetzt spannend 77 guck mal du bist vor ihm dran das ist gut das ist sehr gut okay so sehr schön sechs fiech tja und ab jetzt habe ich ein problem ne du kannst auf die erste platte schon drauf also kannst bis nach hier und dann kriegst du viel schaden das ist okay dann gehe ich in die lange rast genau dann musst du dich wieder heilen und dann müssen wir mal gucken wie du da durchkommst anders geht es ja nicht wir müssen du musst unbedingt mal die du könntest dann einen springend aufbauen naja mit dem geld das ist ja ziemlich geil na guck mal die kommt zu mir naja ist das schön die laufen so wir sind jetzt hier in der letzten runde und der night short wartet hoffentlich den erfolg der sonnenhüterin es ist sehr sehr eng ja das muss man sagen weil das ist natürlich übel wenn ich springen kann und überall sind die fallen die felder okay also ich gehe jetzt zuerst hier auf die tür genau kriegst du noch mal vier schaden ja aber dann hast du es geschafft oh nein da ist noch einer was macht er weiß ich nicht oh nein da ist das das ist richtig bitter er zieht ne nein der schiebt dich der lehnt dich das darf jetzt nicht passieren okay ich habe keine ahnung kriegt man das noch gerettet oder ist der drops gelutscht warte mal bis wohin kommt er denn der läuft und schießt auf jeden fall das ist egal du kannst es nicht weg du kannst es nicht verhindern dann dürften wir das jetzt verloren du kannst dich hierhin stellen und hoffen dass er dich hierhin zieht wenn danach da läuft okay versuchen was da war jetzt im prinzip ein ein schritt ein schritt so wenig dass die platte da ist ja ich hätte mich jetzt im hallen warten warum und so also erst mal kriege ich das hier den schaden kriege ich kompensiert hat sich aufs falsche weggezogen ist das bitte okay das heißt wir haben verloren ne noch nicht noch nicht ganz dann gehe ich jetzt in die lange rast schauen wir mal was er macht wenn er jetzt in den ok er wird ich töten schade das ist echt eine runde ist es eine runde ich habe jetzt auch ein fehler gemacht ich hätte erst einfach ich hätte andersrum spielen wobei wir wussten nicht wie viel gegner in dem raum sind doch guck mal das war's nein warum ich könnte da kann ich nicht kann zur waffe der reinheit abschmeißen weiß ich nicht dass ich habe gerade wieder technische probleme eine sekunde können wir leider nicht es ist das tut mir leid konnte nichts machen aber gut zu wissen was er auf uns zukommen das ist mit dem boden mit dem boden ist es bitter ja du hast dich gut geschlagen da oben fand ich ich fand es total schwierig dass irgendwie ganz allein oder hinterher noch zu machen und dann eben mit dem problem was du halt auch benannt hast dass ich überhaupt keine option zu springen hatte und ja ja du musst es denn du musst es den sechser angriff machen ja ist sonst hätte das nicht geschafft ein ding davor ist dass er hätte ich aber auf die druckplatte ziehen können aber wirklich ja das bedeutet jetzt so in der in der conclusion bevor wir dieses szenario noch einmal machen wäre es doch wahrscheinlich sinnvoll der sonnenhüterin auf eine bewegungskarte den zusatz schon mal springen zu kaufen ja okay dann sollten wir glaube ich schauen dass sowohl frank als auch barbara wo wir die barbara hat relativ lange durchgehalten aber der frank der hatte einmal so blöd kassiert ist der sich da im prinzip ja 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 in die erschöpfung mitgebracht hat das war es leider aber gut wir werden es erneut probieren so ist es aber man man sieht hier glaube ich auch ganz gut dran wie knapp das alles werden kann ja aber wir haben uns ganz gut geschlagen noch am ende also wir sehen uns beim nächsten versuch macht's gut bis dahin und ja